Und damit, was geht ab, Leute? Herzlich Willkommen hier zurück auf meinem Kanal und ihr seht schon, oh mein Gott, was ist hier los? Wir sind hier mitten in der Luft und unter uns befindet sich ein Lucky Hacker-Blob. Da kann wirklich von A bis Z alles rauskommen, bis zu irgendwelchen krassen Hacker-Tools, etc. Aber ihr seht schon, wir sind nicht alleine mit dabei, Sprax ist die Banane, was geht? Yo, was geht, was geht? Bro, Bruder, das sieht gar nicht gut für uns aus, sag dir ehrlich. Absolut nicht und ich habe auch ein ganz, ganz komisches Gefühl, wenn ich mir diesen Block hier ansehe. Ich auch, ich auch, deswegen verpasst es nicht, Leute. Bleibt es, wenn sie dran lassen, Daumen nach oben, da abonniere den Kanal und checkt doch Gapfrax ist ab. Und dann würde ich sagen, Bro, ganz einfach, wer baut zuerst ab? Ich sag, du baut zuerst ab. Okay, der Schönere gibt nach. Ne, warte. Was? Wie bitte? Egal, ich schlag drauf. Geh weg. Es geht direkt los, pass auf. Ich hab, ich hab nichts, hast du was? Na, Bruder, da sind Diamanten raus, du bist so dumm, lass mich ab. Bruder, nein, Bruder, ich geb dir einen Versuch noch, einen kriegst du noch, Bruder. Okay, einen noch, drei, zwei, eins. Hast du was? Ich hab Fackeln und einen Diamanten. Oh, Bruder, was kommt sich noch. Okay, ich auch noch mal, ich auch noch mal. Ey, dann. Oh mein Gott, wir haben so Glück gehabt. Oh mein Gott. Hast du gesehen? Ich hab gegen seinen Ball, hab den umgelenkt und ge... Okay, pass auf. Ich schlag noch mal, einmal noch. Bruder, lass mich doch abbauen. Okay, schlag du, schlag du, los. Ich baue. Ich hab einen Totem. Bruder, ich hab mich mein Totem, Bro. Ich wäre dead gewesen, aber ich hab einen Totem gehabt, so ein Hacker-Totem. Aber, Bruder, ich hab... Oh mein Gott, ich hab richtig viele Blöcke. Dann mach, 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 schnell. Oh mein Gott. Ah, lass mich hier weg. Ich hab... Ich mach Fackeln, Alter, um dieses Ding wie ein Ritual. Oh mein Gott, Bro. Ich geb dir erstmal Blöcke hier. Komm, nimm, bist du was? Ich hab über 60 Blöcke. Ich geb dir die Hälfte hier, Bruder. Bau erstmal bitte eine Fläche auf 60. Hallo, sammle die auf. Bruder, gib sie mir mal her. Hey, Junge. Oh mein Gott, bist du... Bruder, sammle... Ich hab nur 5, ne? Ich hab nur... Ich hab nur... Du machst das mit Absicht. 1, 2, 3, 4, 5. Bruder, guck mal, ich mach auch noch eine. Batz, jetzt ist es der heilige Block. Das ist der heilige Block. Okay, pass auf. Ich baue nicht mehr ab. Du baust jetzt wieder ab, Bro. Nee, warte, ich baue ab. So, ich hab... Bau du, bau du, bau du. Okay, okay. 3, 2, 1. Ich trau mich nicht. Hau. Hau. Bruder, 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 Bruder. Bruder, schlag. Bruder, ich brenne. Ich brenne. Geh zurück, geh zurück. Du schlag das nach unten. Bro, pass auf. Wir brauchen irgendwie... Okay, pass auf. Wir brauchen ein Schwert. Wir brauchen ein Schwert. Wir brauchen ein Bogen. Der kommt wieder. Ne Mauer, bau ne Mauer. Bau ne Mauer, bau ne Mauer. Bau ne Mauer. Ja, ja, ja. Okay, pass auf, warte. Bau ne Mauer, Bruder. Ich weiß nicht. Warte kurz. So, hier, hier, hier. Wir bauen kurz das Haus, Bruder. Pass auf. Hast du Blöcke noch? Mach mal ein Schwert. Hier, ich geb dir das hier. Warte, warte. Wir müssen hier Stufen machen, Bruder. Hier, zack. So, musst dich achten machen. Dann sparen wir einfach die Hälfte an Blöcke, wenn wir Stufen machen. Ja, ja, okay. Aber wo ist der? Bruder, ist mir auch egal. Egal, egal. Komm, lass ein Dach hier drüber bauen auf Save. Erstmal, komm. Okay, pass auf. Ich hau da jetzt drauf. Willst du wirklich da drauf fahren? Ja, ich hau da jetzt drauf. Drei, zwei, eins. Bruder, Bruder, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Bruder, ich hab sie in die Rollzeikelbox. Oh mein Gott, ich hatte bis Rollzeugefallen, Bro. Guck mal, was ich gefunden habe. Was ist das? Was hast du? Keine Ahnung. Ein Hacker-Pouch, was ist denn das? Ich hab das getrunken, Bro. Wie, du hast es getrunken? Oha, wie siehst du denn jetzt aus? Hä? Oha. Bruder, hör auf zu. Nee, du treust dich auf. Nein, du bist so grün. Nein, 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 hör auf, hör auf. Alter, wieso leuchtest du so? Bruder, hör auf, mich betreuen. Spaß reingelangt. Oh mein Gott. No way. Ich hab auch noch zwei hier. Nein, 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 nein. Bro, Prax, Praxie. Bruder, was soll ich hier machen? Oh mein Gott. Bro, gönn dir. Gönn dir, einfach. Einfach gönn, Bruder, manchmal. Oh mein Gott. Okay, perfekt. Das ist sehr gut. Ich glaub, jetzt werden wir lange überleben, sag ich dir ehrlich. Bruder, bau dir. Lass, lass. Ich hab noch ein bisschen. Guck mal, warte mal. Guck mal. Oh mein Gott, Bro. Mir fehlt. Ich mach so. Ey, Bruder, guck mal, was ich hab. Weißt du was? Nein. Komm, Bruder, weißt du? Auf, korrekt, gönn dir. Mach du. Gönn dir. Oder auf, korrekt. Yo. Bro, auf, korrekt. Ja, das ist richtig gut. Okay, Bruder, zum Glück haben wir auch ein Dach. Es regnet heftig. Ja, Mann. Aber es ist voll, ich sag ehrlich, voll gemütlich gerade hier. Ja, richtig gemütlich. Bro, Bruder, lass mal bitte kurz unser Haus ein bisschen größer bauen. Ja, ich sag dir ehrlich. Du hast Blöcke, ich nicht. Ich hab nur Obsidian. Und einen Lava. Lava-Eimer hab ich. Soll ich das mal hier platzieren? Wo? Ich hab doch noch voll viele Blöcke hier. Ne, gib. Bruder, hier, guck mal. Hier. Bruder, hier, guck mal. Bruder, gönn dir doch hier. Guck mal, auf direkt. Gönn dir, Bruder. Ich baue unser Dach noch ein bisschen aus, ja? Ja, mach das, mach das. Ich baue so lange schon mal. Ey, lass mal bitte einen Zaun bauen. Ich hab keinen Bock hier runterzufallen, Bro. Mach mal erstmal hier einen Zaun hin machen, so. Mhm. Bruder, ich baue jetzt den nächsten ab, okay? Mach. Ich baue drei, zwei, eins. Ich fährt, mach ich fährt. Oh! Bruder, Bruder, nein. Die sind weg. Nein, die sind geil. Das ist krank OP, Bro. Okay, pass auf. Bleib hier unten. Nein, die sind da. Sehr schön. Noch eine. Wo ist der andere? Oh, ich hab zwei Herzen, Bro. Ich hab zwei Herzen, Bro. Du musst was essen. Hast du essen? Nein, Bro, ich hab nichts zu essen. Guck mal, was ich da platziert hab. Wie findest du's? Bruder, du machst ja das Spinnenweben hin, Bro. Weil, guck mal, da kannst du so, guck mal so jetzt. Das zeigt jetzt so. Guck, jetzt bleib ich stecken. Ich hau drauf, bist du bereit? Geh noch weiter hin, geh noch weiter hin, Bro. Das ist ja für cool. Ey, du bist so ein 1 und 3. Aber guck mal, jetzt haben wir doch ein Problem. Ja. Oh. Oh. Okay, pass auf. Warte, was? Bruder, Bruder, ich hab einen Hacker-Stab bekommen. Ein Hacker-Stab, was ist das denn? Ich hab Bienen-Nest bekommen. Oh mein Gott. Was kann der? Weiß ich nicht. Du kannst dich teleportieren, falls du runterfällst. Nein, aber Bro, ich hab voll wenig, den ich unbedingt essen. Bro, hast du essen? Nee, absolut gar nicht. Ich hab Bienen-Nest. Kann man mit Bienen-Nest was machen? Ich hab ein anderthalbes Herz, Bro. Kann man mit Bienen-Nest was machen? Ich weiß nicht, aber lass mal irgendwie. Ah, ja. Hau, hau, hau. Bruder, ich hab ein Rost-Hühnchen, Bro. Wir brauchen aber Stein, Bruder. Wir brauchen Stein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, du bist der Beste. Einfach essen jetzt erst mal. Bruder, wir brauchen irgendwie Stein, Bruder, wir brauchen Stein. Kann ich das Lava hier platzieren und du packst dein Hähnchen rein? Bist du... Was? Ich dachte, das geht, weil guck mal, Lava. Ey. Bro. Okay, ich schlag jetzt. Mach dich vom Acker. Warte, Bruder, ich hab ne Geister-Schein. Hier auf die andere Seite. Oh, wir machen hier ein Loch und schlagen von hier da rauf. Nein, Bruder, wir machen so. Pass auf. Ich mach jetzt hier so Sticks. Pass auf. So. Nein. Oh mein Gott, Bruder, du bist so dumm. Du bist... Oh mein Gott, was machst du denn hier? Bruder, was ich bekommen hab? Nein, was hast du bekommen? Hier, noch mehr Holz. Warte, weißt du, was wir jetzt machen? Pass mal auf, Bro. Wir machen das weg. Pass auf, pass auf. Pass auf jetzt. Bist du bereit? Ja. Ich mach den 5000 IQ-Move. Warte, warte. Gleich, warte, warte, warte. Achtung, warte. Du machst das zu und alles wird gefangen. Bruder, ich lass mich doch nicht verarschen hier, Bro. Also jetzt ehrlich. Nein, nein, Bruder, was... Ich hab drei Diamanten gekriegt. Bruder, guck mal. Und Holz. Bruder, warte. Oh mein Gott, ich hab richtig viel Holz bekommen. Bruder, ich... Warte, warte, pass auf, wir machen jetzt hier noch so so eine Leiter, Bro. Pass auf, pass auf. Hier ist eine Leiter ran. Und jetzt von hier oben, Bro, baue ich hier so auf. Pass auf. Zack. Und jetzt, guck mal. Bro, Bro. Ich ist irgendwas kaputt gegangen. Bruder. Was hast du gemacht? Guck dir an, der ist hier gefangen, der Bro. Die sind gefangen? Die sind gefangen. Ich kann einfach so, ich kann einfach so... Ey, wieso haben... Ich kann hier... Bruder, der hat irgendwas kaputt gemacht. Meine Treppen und so ist alles weg, Bro. Ja, ja. Aber warum haben wir hier einen Baum? Bruder, ich weiß nicht. Wir haben hier eine Insel bekommen. Wir haben eine Insel bekommen. Nein. Doch. Bruder, war da... Ja, wir haben eine Insel bekommen. Wir haben wirklich eine Insel bekommen. Bro. Ich baue trotzdem mal ein bisschen weiter nach rechts. Ja, ja, ja. Safe, 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 safe. Baue ich auch mal ein bisschen. Hau du mal weiter drauf. Hau du weiter drauf. Ich mach das hier. Ich mach die Architektur. Bruder, ich vertraue dir nicht ganz, Bro. Warum? Ich weiß nicht, Bro. Ich habe das studiert. Bruder, manchmal ich vertraue dir nicht ganz. Ich sage ehrlich, ja? Kannst du mir ja full vertrauen. Bruder, ich baue erstmal hier so einen Zoll, dass wir nicht runterfallen, so auf den, weißt du? Guck mal, auf safe. Ja, aber ich will trotzdem... Ja, okay, okay. Ich mach trotzdem hier noch so einen Steg, ja? Lass das mal eine Axt machen, Bro. Ich kann eine Axt machen. Willst du eine Axt haben? Nein, ich hab doch schon eine aus Holz. Guck mal auf den. Was? Okay, Bruder, ich brauche jetzt noch mal ganz kurz neue Leitern. Guck mal, hier. Und dann mach ich jetzt hier unten. Oh mein Gott. Nein, was ist los, Bro? Was ist passiert? Nein. Ich bin fast runtergefallen. Bruder, wenn wir runterfallen, ist das Video vorbei, Bro. Ja, ich weiß. Ich mach jetzt einen Steg, dass wir so einen Aus... Weißt du, ausweichen können schnell. Ja, du hast recht. Weißt du? Ja, das ist schlau. Dass wenn hier was ist, dass wir schnell hier nach hinten abholen können. Ich geh jetzt wie ein Zombie erstmal typen, Bro. Bruder, weißt du, was ich mache? Oh mein Gott. Er ist draußen. Ich mach den hier. Bruder, ich kann die Lama nicht mehr einsammeln. Oh mein Gott. Er ist verschwunden. Was hast du mit dem gemacht? Ich hab ihn... Bruder, ist das ein Schaf? Es ist ein Schaf. Nein, die hätten mir doch ziehen können, Bro. Ich hab ne Idee. Nein. Pass jetzt auf. Fahrstuhl. Hast du Wasser? Sag dir, dass du Wasser hast. Nein, Bruder, das muss mir... Gib her, das muss mir anders machen, Bro. Gib her. Was? Warte. Das musst du anders machen, Bro. Guck mal, du musst so machen. Pass auf. Ich hab noch einen. Ja, gib hier. Ich hab noch einen. Guck mal, du musst so machen, weil dann hast du nämlich... Ah! Ich hab mir das gemacht. Geh nicht. Geh nicht. Ich baue erstmal... Oh, ich hab ne... Delfine? Kann ich in meinen Eimer reintun? Bienen, geh weg, geh weg. Nicht schlagen, nicht schlagen. Lass die, lass die nach oben. Haut ab. Tschüss, blick weg. Tschüss. Guck und zumachen. Ey, warte mal. Ich hab noch... Bro, guck mal, ich hab noch sehr viel Holz, ne? Was machst du da? Bruder, ich sterb. Nein. Hast du Essen? Hier. Wallabilla, ich hab ein halbes Herz, Bro. Ey, hier ist die Biene, die ist auch auf dich. Ich hab sie mir gebraucht. Bruder, mach irgendwas. Wir brauchen einen Ofen, Bro. Wir brauchen einen Ofen. Bruder, wir haben noch Lava. Wir können Koppelstun-Generator machen, Bro. Und ich hab ein... Pass auf. Ich hab... Ja, du hast recht. Und ich hab Feuerzeug. Und ich hab ein halbes Herz. Aber erst mal, Koppelstun-Generator. Bist du bereit? Ich bin bei einem. Wir machen so, pass auf, so. Oh mein Gott, Bro, wir bauen so eine richtig krasse Hackerbase auf, ne? Sag dir ehrlich. Pass auf, du musst mir vertrauen. Du musst so machen. Okay, so. Dann hast du hier so vier Blöcke frei, okay? Checkst du? So. Ja. Checkst du. Du musst es checken. Erst wenn du es checkst, hast du es gecheckt. Checkst du? Ja. Okay, pass auf. Jetzt müsste ich... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich hab nur ein Lava. Chill, chill, chill. Wasser hier hin machen. Jetzt hier runter. Einmal klettern. Du musst vertrauen. Alter. Vertrau mir, vertrau mir. Bist du lebensmüde? Vertrau, vertrau. Vertrau einmal, Bruder. Bro, komm hoch. Bruder, du musst mir vertrauen. Soll ich das Wasser jetzt weg machen? Nein, nein, nein. Oh mein Gott, du schwimmst. Komm da hoch. Bruder. Hör auf. Pass auf, so. Okay, so. Jetzt musst du noch einmal runter. Junge, ey, du machst... Das ist dein Video, aber du machst mir gerade richtig Angst, ne? Komm mal sofort wieder hoch. Vertrau mir. Bro. Bruder, ich bin da. Pass auf. Und jetzt? Pass auf. Jetzt, ich nehm Lava. Oh mein Gott, ich bin der Beste. Pass auf. Hast du Lava? Pass auf. Ich bin der Beste. Ich bin der... Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Bruder, ich hab getribbelt. Sehr ehrlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Bruder, was hast du? Was hast du? Ich dachte, ich soll hier Wasser machen, hast du doch gesagt. Bruder, du hast nicht... Du hast doch gerade gesagt, ich soll hier Wasser... Hä? Du hast doch gerade gesagt, ja, mach Wasser. Oh mein Gott. Spaß. Guck mal hier, Bro. Oh, guck mal, ich hab noch Lava, ich hab noch Lava, ich hab noch Lava. Da bist du so... 31, ja. Okay, soll ich hier Lava reinmachen jetzt einfach, ne? Lass erst mal ne Truhe machen und unsere Sachen da reinmachen, Bro. Okay, pass auf. Hier jetzt Lava, richtig? Ja, da Lava. Okay. Ist mal Lava, okay. Und dann brauch ich den Ofen und was zu essen, Bro. Ja, wir brauchen Spitzhacke erstmal. Steinspitzhacke. Bauen wir erstmal weiter den Hackerblock ab. Oh mein Gott, Bro. 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 Was ist das? Du schaffst das schon. Ich glaub an dich. Nein, Bro. Die haben gar nichts mehr gespawnt, Bro. Bro, ich hab jetzt kurz nen rohen Kabeljau gegessen, dass ich wieder ein bisschen mehr Herzen hab, Bro. Digga, und die müssen auch weg. Wer geht mit euch. Spitz. Spitz. Komm raus, komm raus, komm raus. Oh mein Gott, ich will raus hier. Oh mein Gott. Oha. Was liegt da alles, Bro? Prismarin, was ist das? Lass ne... Wir müssen Truhen machen, Bro. Ganz schnell. Komm, lass Truhen machen. Okay, okay, okay. Ich... Ich... Hier, ich mach Stein weg, ja? Okay, okay, mach, mach, mach. Ich hab... Ich hab Truhen. Oh, da fliegt irgendein... Da fliegt doch ein Geist rum, Bro. Wo, 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 wo? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Safe, safe, safe. Okay. Ey, Bro, aber guck mal, das fällt die ganze Zeit runter. Ja, dann musst du runterschwimmen, Bro, so. Geh mal weg, wenn ich da runterfahre, ist das Video vorbei. Block ist drunter geworden, Bro. Du musst Dappel denken, weißt du? Du musst denken wie ein... Wie ein... Wie ein Löwe. Guck mal, was für ne Spitzhacke ich hab. Hallo. Sorry. Jetzt. Ich hab gefixt, Bruder. Warte mal, du hast einfach so Diamant Spitzhacke, Bro. Hab ich... Bruder, Bruder. Bruder, ich kann das nicht. Bro, ich kann das nicht. Bro. Bau das weg. Bau das weg. Der ist Spitzhacke. Doch, ich hab eine. Bro, bau das weg. Bro, ich sterbe. Ich kann das nicht. Oh mein Gott. Ey, Junge, mach das nie wieder. Mach das nie. Ich baue hier nix ab. Ich kann... Bro, wir wären gestorben. Das ist... Ey, Junge. Sag mal, hat's bei dir noch? Bruder, mach erstmal alles Wichtige hier rein. Und, Bruder, lass ne Kaktusfarm anbauen, Bro. Ich hab Sand, ja? Pass auf, guck mal, was ich hab. Bruder, weißt du, was ich jetzt mache? Bruder, was... Du bist der Beste, der Geilste. Oh mein Gott, du bist so... Bro, man brätst so voll. Das ist ne andere Geschichte. Chill doch mal. Ich hab Fleisch jetzt reingemacht. Okay, perfekt. Okay, jetzt du musst so machen. Pass auf, du musst jetzt denken wie ein Löwe. Okay? Das meinst du ja. Ja. Pass auf, du musst das hier abbauen. Du musst wieder hier runter. Pass auf, du musst hier runter. Oh mein Gott. Bro, Bruder, Hilfe. Wieso, was machst du? Bruder, ich weiß auch nicht. Komm hoch. Bruder, Hilfe ist nie. Ich wollte hier so... Ich muss nochmal runter, Bro. Ich will nämlich ne Sandfarm anbauen. Warte, warte. Sandfarm? Lass uns doch auf den Hackerblock hauen, du... Ja, warte. Lass mich kurz noch eine Sandfarm. Ich hau da jetzt drauf. Nein, 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 nein. Tu es nicht ohne mich. Doch, ich hau da jetzt drauf. Ich hau da jetzt drauf. Oh mein... Bruder, Bruder. Bruder, ist ein Pferd. Bruder, ist ein Pferd. Hier ist ein Pferd. Du bist auch hier auf Schlecht. Bruder, da ist ein Gas gespawnt. Oh mein Gott. Bruder, nein, 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 nein. Hast du getan. Du hast ein Gas gespawnt, Bro. Ein Geist? Du hast ein Gas gespawnt, Bro. Ey, hier bist du? Wir müssen einen Bogen machen, schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott, du hast einen Gas gespawnt, Bro. Du hast einen Gas gespawnt, Bro. Gar nichts gespawnt. Bruder, nein. Wir müssen einen Bogen machen, schnell, schnell, schnell. Warte, warte, warte. Guck mal, was ich habe. Ich habe Bambus. Bruder, chill. Wir müssen jetzt ganz kurz einen Bogen machen. Bruder, Bruder. Du hast einen Gas gespawnt. Ist dir das bewusst? Was kann der denn machen? Nein, ich weiß nicht. Bruder, der schießt Feuerbälle. Ja, ich hau ihn kaputt. Komm, wo ist der? Komm her. Bruder, oh mein Gott, du bist so... Oh mein Gott, der ist ja wirklich da. Bruder, was denkst du denn? Aber der sieht uns nicht. Der ist voll lost. Wirklich. Bruder, du brauchst einen Pfeil oder so. Bruder, hast du einen Pfeil? Ja. Ja, oh mein Gott, du bist der Beste. Hä? Du hast... Was fandst du? Bruder, das habe ich doch auch. Ich wollte einen Pfeil. Aber guck mal. Guck mal, warum sieht der so aus wie du? Bruder, lass mich dein Lucky Block weiter... Bruder, was ist das denn jetzt? Ja, schon. Wasser, Wasser, Wasser. Ja, let's go, let's go. Okay. Ich muss essen, ich muss essen. Ich muss essen, Bruder. Ich baue jetzt hier unsere Sandfarm weiter, unsere Kaktusfarm. Glaub mir, die ist verunderrated, die Kaktusfarm. Du glaubst nur noch nicht. Nein. Guck nicht, guck nicht in seine Augen. Oh nein. Guck nicht in seine Augen. Bruder, warum ist Brotstein? Bruder, du brauchst ihn doch einfach ab. Du bist lebensmüde. Kaktusfarm steht... Er haut nicht! Bruder, rein hier. Komm rein, komm rein, komm rein. Hey, lass mich rein. Der andere sich nicht hier rein tippelt mit dem Brotchen oder so. Diesel, greif ihn an. Bruder, der kommt nicht hier rein, weil wegen drei Blöcke hoch und so, checkst du? Achso. Okay. Ich hau da jetzt drauf. Bruder, was machst du hier, Bruder? Das ist jetzt dein... Dein Zwillinges, Bruder, ist hier, Bruder. Ey, guck mal, wie er mir den... Eigentlich müsste ich damit jetzt, ne? Oh mein Gott, Bruder. Bruder, was spawnst du da? Essen. Ey, pass auf! Oh, oh, oh. Skelett, Bro. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, Bruder. Skelett, Skelett. Bruder, da hat Pfeile. Da hat er uns was gegeben. Pfeile, 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 Pfeile. Wo? Wo? Ich hab keine. Wir haben so viel Loot. Bruder, lass mal ganz kurz hier ganz viele Thun machen, Bro. Wir haben so viel. Hast du Holz? Bruder, ich... Wir haben 5 KMT? Bruder, wir haben alles. Wir müssen ein kurzes Lager erstmal aufbauen, Bro. Wir haben zu viel. Und der Gast ist immer noch da, Bro. Der steht da irgendwo unten, der Gast. Der kann uns nichts. Okay, komm, lass weiter hier. Zack, komm. Für Dings, für Fahrstuhl. Ah, für Fahrstuhl. Ja, okay. Auf jeder Seite eine zur Sicherheit. Nur zur Sicherheit. Bruder, du bist schlau. Du bist schlau. Du bist schlau im Leben. Das ist sehr gut. Okay, ich hab jetzt hier nochmal ein bisschen frei gemacht. Bruder, ich brauche jetzt hier so ein fettes Thunlager hin. Bats, 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 Bats. Bruder, hast du schon mal so ein Kistenlager gesehen, Bro? Ich glaube nicht, oder? Alter, du musst mal überlegen. Wir haben eine Cobble Stone. Bruder, hier brennt alles. Warum? Bruder, unsere Peatstücke brennt. Ach so, weil der hat 31er da hinten, ne? Bruder, wie viel Loot haben wir? Wir haben extrem viel, oder? Mhm. Ich hab noch Kartoffeln. Bruder, ich hab voll die krase Idee. Komm mal her. Komm mal her. Waller, komm mal her. Oh mein Gott. Bro, siehst du das? Lol, komm mal her, warte mal. Was denn? Ey, Junge. Junge, du bist lebensmüde, Alter. Du bist doch, Alter, wirklich. Was ist los, Bruder? Hörst du Angst? Lass uns mal gucken. Warum? Lief doch nicht. Ey, bist du... Ja, super gemacht. Unsere ganzen Items. Ich wollte nicht mehr sagen. Ihr wisst... Hör auf, hör auf. Waller, hör auf. Hör auf, hör auf. Du hast... Warum brennst du einfach alle Items verbringst? Ja, zu... Zurecht, wirklich. Bruder, warum brennst du alle Items? Das war... Weil du... Alles in die Luft gesch... Du wolltest mich umbringen. Junge, Leute, ich wollte doch einfach nur das löschen. Wie denn das hast du gezahnt? Du hast... Du hast alles kaputt gemacht. Ich... Ich war es. Ich war es. Waller, du hast alles kaputt gemacht, Bro. Sag nochmal und ich zünde das Pferd an. Nein, nein, nein. Entschuldige dich. Entschuldige dich. Entschuldige dich. Ich zünde es an. Ich drücke. Wenn du noch einen Schritt näher kommst, ich drücke. Ich drücke. Bruder, ich... Es tut mir... Es tut mir aufrichtig leid. Ich entschuldige mich... Vielmals. Es tut... Junge! Hä? Warum sitzt du denn jetzt? Du hast Liebe gemacht mit dem Fernseher. Hä? Du hast es jetzt gezämmt? Das ist mein Kumpel. Ja? Okay, wir sollten aufhören. Wir müssen überleben. Ich gehe jetzt hier rein. Und tschüss. Ich habe eine Herzbeleid. Ich muss essen. Ich muss essen. Du hast mein Essen geklaut. Kein Essen geklaut. Du hast mein Essen geklaut. Wir haben alles verloren wegen dir, du Kleiner. Hier ist doch noch Essen. Wir haben alles verloren wegen dir, ne? Hier ist noch Essen hier hinter dir. Schade von dir. Wo ist Essen? Hinter dir. Boah. Wir haben alles verloren wegen dir. Ich war das nicht mit der TNT. Ich baue den Hackerblock weiter ab. Bro ist mir egal. Oder ist mir egal. Ich bin ein Dester. Ich sehe den. Du bist ein Panda. Du meinst, da war ein Panda. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schade von dir. Wirklich. Schade von dir. Oh mein Gott. Der Geist kommt. Hilfe, der Geist. Oh mein Gott. Schade von dir. Nee. Schade von dir. Schade von dir. Das ist schade von dir. Oh. Wie süß. Komm mal raus hier. War das süß. Oh mein Gott. Komm mal raus. Ey Junge. Das habe ich gesehen. Ich war direkt hinter dir. Dafür kriegst du jetzt Ärger vom... Oh mein Gott. Das sieht aus. Junge. Wir müssen hier überleben. Hör auf. Ich war ein halbes Herz. Halbes Herz. Halbes Herz. Guck mal. Anstatt dass du mir mal hilfst. Okay. Ich habe nur ein Herz. Ich habe nur ein Herz. Ich schwöre. Ja das ist anstatt dass du mir mal hilfst. Und so ne. Machst du halt so Ärger. Das ist schade von dir. Guck mal. War das nicht sogar so korrekt? Dann gebe ich hier sogar so einen Hacker-Stuff. Weil ich zwei davon habe. Hier. Watz Digga. Wir haben was Hacker-Ding. Hacker-Stuff bekommen. Ich habe Hacker-Ausrüstung gekriegt. Zeig. Nein. Du lauerst. Das habe ich dir gerade auch gerade gegeben. Wirst du mir zu? Achso. Oh mein Gott. Ne schade von dir. Du wirst mir nicht mehr zu. Ey wir müssen das umbringen. Und du ihn um. Ich habe keine Leben. Ich habe nur noch zwei. Ich habe vier. Lass mal unsere Insel größer bauen bro. Ja okay komm. Boah wir haben so die geile Insel ne. Das rüber hier so keine Wasserquellen. Du musst dir auch unbedingt kaputt machen wa? Ne du bist schuld ne. Du hast das TNT nicht gelöscht. Boah. Oder ey. Meinst du dieser Hacker-Block. Der kann doch richtig krasse Sachen gönnen. Unsere Toten sind so vielleicht sogar. Ja ja ich glaube jetzt gleich wird er richtig auslasten. Denkst du ehrlich? Ja ja ja. Safe. Boah. Das ist krass Sachen sag dir ehrlich. Ich brauche ab Bruder. Komm ich gehe rein. Ich gehe rein in die Offensive Bruder. Komm Slime-Blocker. Kommt doch. Kommt das Slime-Blocker. Ein Herz. Ein Herz Bro. Ein Herz. Baller ein Herz. Oh Mann der kommt. Du musst das alles erledigen bro. Du musst das machen. Ab. Ab. Alles. Alles easy. Du bist eine Maschine. Also nochmal zum Klartext. Ich habe die. Ich habe den Cobblestone Simulator gebaut. Ich habe Kaktus Insel gebaut. Voll viel Fleisch Bruder schonmal. LoL. Ja sehr gut. Oha. Was ist das denn? Was ist denn das? Da wäre so viel Fleisch. Eine Katze. Axelotl. Wie kann man Katzen zähmen? Ich weiß nicht. Knochen. Knochen. Ich habe gehört. Hey. Hey. Knochen hier. Ich habe hier so blaue Blöcke. Was kannst du damit machen? Ich setze hier einfach. Der Gast. Pfeile. Pfeil und Bogen. Wurde schnell. Wo ist der denn? Wurde wo ist mein Bogen? Der ist doch weg. Was ist denn weg? Oh mein Gott. Du bist schuld. Alles wegen dir. Walla. Alles wegen dir. Was machen wir denn jetzt mit den Katzen? Wurde es wäre gleich los. Ich muss den Bogen bauen. Chill. Zähm die Katzen oder so. Mach irgendwas. Die zähmen mich. Die wollen keinen Knochen. Ich dachte Katzen mögen Knochen. Wurde chill. Wurde ich habe fehl. Oh mein Gott. Wo komme ich wohl springen kann bro. Tschüss. Oha. Du bist ein Springer. Komm wo ist der Gast? Komm Gast. Wo bist du? Komm her Junge. Der ist doch schon weg. Nein. Ich habe den gehört vorhin noch. Oder keine Ahnung. Ich baue den Nackenblock weiter ab. Oh mein Gott. Bruder. Ich bin. Oh. Was hast du gemacht? Tja bro. Ich habe mich so krass gerettet bro. Bruder. Diese Wasserfälle haben mir gerade. Wir haben ein kleines Problem. Nein. Was ist los Bruder? Hier ist so ein. Er zaubert. Er zaubert alle tot. Er zaubert alle tot. Nein nein nein. Du laberst ja auf. Wirklich. Wie? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Hier sind Enderperlen. Bruder. Was macht der? Wie Enderperlen? Hier sind Enderperlen. Bruder. Was geht hier ab? Das ist für einmal alles blau. Oh mein Gott. Bro. Ich waller. Das ist das niedlichste was ich jemals gesehen habe. Oh mein Gott. Komm her. Bruder. Komm sofort her. Bruder. Hallo. Nein. Du musst herkommen. Bruder. Guck dir das an. Oh mein Gott. Wie süß Bruder. No joke. Guck dir das an. Bruder. Wie süß ist dieser Fuchs bitte. Oh mein Gott. Welchen Fuchs meinst du? Ich sehe hier keinen. Ab an die Arbeit mit dir. Oh mein Gott. Oh du bist der Beste. Oh du bist der Beste. Warum bist du so krass? Wann bist du so krass? Sag es mir bitte. Oh mein Gott. Ja ein Kind. So schön komisch und viel. Und der hat Angst vor einer Spinne. Ich fasse es nicht. Ich habe Glas bekommen. Wir können sogar Fenster machen. Yo. Wir haben den Hintergrund gekriegt. Ein kleines Haus. Nein. Doch hier. Nether. Boah. Nether Portal. Nein. Zu OP. Und sogar eine kleine Farm hier drüben mit einer Kiste. Unsere Truhe hat aber kaputt gemacht. Aber egal. Wir haben eine. Nein. Bro. Was? Oh mein Gott. Das ist so krass. Das kann uns retten. Komm Mutprobe. Wir springen. Nein. Wie Mutprobe. Wir haben Ender Pferden. Wir springen runter. Ja. Okay komm. Ich weiß. Ich kann das nicht Bro. Willst du es machen? Das ist dein Video. Wie ist das? Egal. Mutprobe. Drück. Hau rein. Oh mein Gott. Komm jetzt weiter springen. Jetzt weiter. Warte. Warte. Okay. Ich habe nur noch einen. Bro. Mach nochmal. Totem. Totem. Du hast so Glück gehabt. Totem. Totem. Warte Bro. Soll ich es wirklich machen? Bist du sicher? Mach. 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 Ich habe Angst. Wirklich. Ich mache. Ballasch. Sprich dich weit runter. Okay. Okay. Pass auf. Drei. Wo bist du? Du musst das sehen. Wo bist du? Wo bist du? Du musst das sehen. Okay. Warte. Ich komme hoch. Ach. Du bist dann hochgegeben. Pass auf. Okay. Okay. Bruder. Hör auf. Bitte. Junge. Du bist so los. Oh mein Gott. Ich habe Wasser. Ich habe Wasser. Ich habe Wasser. Ich habe Wasser. Oh mein Gott. Das ist so gut. Du bist der Beste. Oh mein Gott. Guck. Diese Wasserstellen sind so gut. Junge. War das gerade der Enderperle, die hochgegangen ist? Ey. Das ist meine. Ich habe die aufgefahren. Ey. Ich kann die nicht auffangen. Hallo. Was hast du gemacht? Oh Leute. Als wenn du Wardshot warst, Bro. Ja. Aber warum schießt man denn auf sein Mate? Das verstehe ich jetzt nicht. Bruder. Du hast mich doch einmal runtergeschossen und einmal jetzt wieder hochgeschossen. Bruder, ich wollte dich einmal lackieren. Oh mein Gott. Dig. Bruder, ich dachte, du hast 1 AP oder so. Was 1 AP? Ist egal. Bruder, weißt du, was ich mache? Ich opfere unsere Insel, Bro. Alles TNT. Ich opfere alles. Alles mal voll. Das ist alles deine Schuss. Bist du bereit? Ja. Rück. Heute. Unsere Insel wird jetzt hin. Oh mein Gott. Bruder, es wird zu knallen. Es wird zu knallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bruder, oh mein Gott. Ich sehe es nicht. Unsere komplette Insel vor dem Bruder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Bis zur nächsten Folge. Haut da rein. Bis dahin. Wir sind raus. Ciao.